und auch damit haben wir hier kanal und zwar eine runde mancraft badwars auf dem high pixel server lange nicht mehr gezockt allgemein badwars oder allgemein ja dieses und ja und ja ich hoffe natürlich das gestrige etwas interessant mit dem westen und hornissen update die meinen sowas nicht alles sage oder man geht aber ins ball zum präzis in das 17 westen leichen im ganzen bar versteuert und man ist nur so alles klar gut das ist jetzt ganz normal würde ich sagen oder hat zu den diamanten wo war noch mal diamanten zu schnell wie gut verpeilt schon ob blau hat das bett verloren oder wirklich auch blau hat das bett verloren und neu ist noch ein thema das bett verloren gg wo kann ich mir noch mal was für diamanten kaufen smaragde wofür war das war alles hier ja es war hier kann ich direkt kaufen so perfekt guck mir mal was haben wir hier alles reichlich an sachen das ist schön das ist ja schön ich würde zu schätzen ist wenn ich nicht sterben würde so kumpatios hier und wieder zurück genau perfekt ok da kann ich mir nichts mehr leisten oh da sind noch mehr Sachen perfekt dann hole ich mal ein paar blöcke weiteres team hat das bett verloren wenn interessanter und auf jeden fall wo haben wir hier smaragde ok ich muss mal zu dem typen hin weil der wird mir langsam zu stark der weiß hat kontakt oh mein gott nice 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 perfekt nein 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 ah verdammt fast ja das sieht sehr gut aus ja nice pumpkinators alles klar wofür auch immer so wer es noch übrig allem noch wetten und ich bin im team pink ok lost my skill ok turkey oh fuck smaragde tolle smaragde oh rot hat ihn ausgelöscht ach vermutlich hat rot einfach mal die übelste equipment wegen der zeit wo ich nicht da war wo ist eigentlich jetzt der rode nein nicht einmal wirklich so jetzt finden wir mal der rode wo ist denn der so jetzt ja oh mein gott gg alter gg alter schwede das war das war heftig also ich erinnere mich um einiges bessere equipment gehabt als ich aber okay ich würde sagen nach einem kleinen karting in der nächsten runde so Leute das sind wir hier in der ähm zweiten runde bei mir jetzt bei ja kaskar eigentlich glaube ich auch oder also alias best of eigentlich falls sich jemand verwirrt und der grund warum man das einen anderen account hat ja ist halt best of das muss man nicht verstehen das ist eine philosophie die man nicht verstehen muss da die erste runde so gut ist wir haben ja sehen dass die zweite wahrscheinlich blöcke hallo blöcke alles klar blöcke die sind einfach plötzlich aus meinem inventar verschwunden wer kennt sich ja moin wenn du verstehst mich bin ich ganz komplett dumm oder gibt es keine emirates äh ich bin tot ich bin tot ok ja das erste mal diese aufnahme dass ich glaube ich durch den gegner gekillt war sogar vorher bin ich die ganze zeit immer mal runtergefahren nein 2 hallo kipps auch gegen die roten ich hab grad zwei gekillt und hab nur zwei jahre verloren ich hab den einen low gehauen äh gelb das ganze mal bei sich braucht vielleicht eine unterstützung irgendwann im leben aber ich hab den gelb ok ich hab ihn gekillt die nächste attacke was ist sie eigentlich was ist sie eigentlich was ist sie eigentlich komm bei blau bei blau das ist ein bisschen belassen na was gerade passiert bei gelb war gerade da ist einfach gerade vorbeigegangen und ja okay bei hallo ich hab mal an wo ich jetzt eigentlich auch bin ja äh ja äh ja Alter ich bin grad zu dumm für alles was machst du denn gerade? ja ist Maractus saven ja zwei liegen in der schule ja ich hole mir jetzt weitere zwei hoffentlich du bist grad in der mitte? was? ich bin grad in der mitte und gelb auch eigentlich fuck 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 ja ich hab's gesehen der ist nämlich hinter mir lauf ok nee er ist er ist wieder anderen gelaufen das ist grad extrem sch- ok gut ja ich würde einfach jetzt kommt episch ja so mit F1 und Speckett 1 komm Zeit was du kannst ich kann nicht ich kann nicht das blau ich mach nicht um so einen Sektion Musik Attacke es geht auch nicht zu blau was kannst du was kannst du eigentlich soll es zu gelb gehen ich hab grad vor allem mit gedacht dass ich deinen Stimmen nicht aufgenommen habe da hab ich gemerkt ich hab doch aufgenommen perfekt ich will nicht zu gelb gehen, den Bogen jedes Team ist grad nicht so schlimm so links ja ich bin da alleine wir sind alle zu hause weil wir alle kämen und dann käme auch bis zum Freunden oh mein zeig was du kannst ich kann nichts ich kann nicht ich dachte da gibts noch was es gibt noch einen epischen Feind wo du was versuchst zu reißen und was kriegst du für einen Tod Leuchte sind gefährlich ja so das jetzt die dritte und letzte Runde nach dem besten Tod den man natürlich in der Welt was haben kann epischer gehts wohl an dieser Stelle wohl eher nicht mehr ja das war heftig das war echt heftig muss ich sagen oh fuck it fuck scheiße AHHHHH AHHHHH und töten uns dann beide oh bruh ist du retarded? oh da ist lang nein ach da um 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 weg 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 da ist ein anderer da ist ein anderer guck mal hol mal kurz meine Spitzhacke der Typ wartet was ist das hier ok Bettel ist weg oh mein Gott vor allem wir wollen Pinker hat uns gerade unterstützt ne GG ich wollte meine Spitz zack im Minecraft ist abgeschmiert hä? guck okay ich operations im der